Potenzen mit irrationalen Hochzahlen Beginnen wir mit einem Beispiel und versuchen die Zahl 2 hoch Pi so präzise wie möglich zu bestimmen. Das ist zum ersten Mal, dass wir eine Potenz mit irrationaler Hochzahl sehen. Die Zahl Pi befindet sich zwischen 3 und 4. Also muss sich 2 hoch Pi zwischen 2 hoch 3 und 2 hoch 4 befinden. Das heißt 2 hoch Pi muss zwischen 8 und 16 liegen. Was natürlich sehr unpräzise ist, also nehmen wir für Pi hier eine Dezimalstelle. Somit wissen wir, Pi liegt zwischen 3,1 und 3,2. Also liegt 2 hoch Pi zwischen 2 hoch 31 Zehntel und 2 hoch 32 Zehntel. Das sind jeweils Potenzen mit rationalen Hochzahlen, die wir schon definiert haben. Somit wissen wir also, dass 2 hoch Pi zwischen 8,5 und 9,2 liegen muss. Das ist schon viel präziser als da. Aber noch immer sehr unpräzise, also nehmen wir hier für die Hochzahl eine Dezimalstelle mehr und sagen Pi liegt zwischen 3,14 und 3,15. So, deshalb muss 2 hoch Pi zwischen 2 hoch 3,14 liegen und 2 hoch 3,15. Diese beiden Hochzahlen sind rational und wir wissen also, wie sie definiert sind. Somit können wir 2 hoch Pi mit einer immer genaueren Präzision bestimmen. Nehmen wir noch eine Dezimalstelle mehr hier für die Zahl Pi, so wird es noch präziser sein. 2 hoch Pi muss sich zwischen 8,821 und 8,828 befinden. Mit einer vierten Dezimalstelle wird es noch präziser und so weiter und so weiter. Schauen wir das Ganze mal auf dem Taschenrechner nach, denn der Taschenrechner kann selbstverständlich auch Potenzen mit irrationalen Hochzahlen berechnen. Wir schreiben 2 hoch Pi und lassen mal den genaueren Wert ausrechnen. 2 hoch Pi ist 4 versteckt, also gelbe Funktion, das ist Shift, Pi ist 8,82497. Jetzt schauen wir mal hier, 8,824 ist gut und 8,825. Das ist gar nicht so schlecht als Präzision, aber man kann diese Einschaltenung ja noch weiterführen. Okay, jetzt definieren wir allgemein, sei a irgendeine reelle Zahl positiv und verschieden von 0 und sei r ein Element der Menge r ohne die Menge der rationalen Zahlen. Also kleine r ist eine reelle Zahl ohne rational zu sein. Also ist r eine irrationale Zahl. r ohne q, das ist die Menge aller irrationalen Zahlen. Die Potenz mit irrationaler Hochzahl, a hoch r, kann so mit beliebiger Präzision zwischen zwei Potenzen mit rationalen Hochzahlen geschachtelt werden und ist somit definiert. Schauen wir jetzt die Eigenschaften der Potenz mit irrationalen Hochzahlen. Wir erinnern uns an unsere vier üblichen Eigenschaften der Potenzen mit natürlichen Hochzahlen. Diese Eigenschaft konnten wir erweitern mit ganzen Hochzahlen, danach noch erweitern mit rationalen Hochzahlen und dieselben Eigenschaften bleiben auch gültig bei irrationalen Hochzahlen. Also sind die gültig für alle reellen Hochzahlen. Deshalb dürfen wir jetzt hier an den drei Stellen das n durch die Menge r ersetzen. Ist gemacht. Und diese Eigenschaft, wo die Exponenten subtrahiert werden, die wir für ganze Hochzahlen bewiesen haben, diese Eigenschaft bleibt auch gültig, wenn die Hochzahlen irrational sind. Wir wussten, dass sie auch gültig bleibt für rationale Hochzahlen, also sind die gültig für alle reellen Hochzahlen. Und somit haben wir alle möglichen Potenzen durchgenommen. ... Untertitelung des ZDF, 2020